Am 13. November ist World Kindness Day. Haben Sie schon einmal etwas Nettes für jemanden getan oder hat jemand schon etwas Nettes für Sie getan? Ich komme gerade vom Abfallwirtschaftsverband und der junge Mann dort hat mir alles aus der Hand genommen und war sehr nett. Ich habe mich sehr gefreut darüber und hat mir dann einen schönen Feiertag gewünscht und das war schon mal ein schönes Erlebnis. Ja, meine Ankelkinder hatten öfter etwas Nettes für mich, aber ich für ihn auch. Ja, in jedem Café, im Büro arbeiten. Sehr schön und hat jemand anderer etwas Nettes für Sie getan? Was könnte man zum World Kindness Day beitragen? Wir haben gerade miteinander gesprochen. Die Menschen sollten wieder etwas gemütlicher werden und sich ein bisschen mehr Zeit auch für kurze Gespräche nehmen und für den Umgang miteinander. Offen auf die Leute zugehen, so wie sie jetzt. Einfach hergehen und wenn es einem zum Beispiel nicht gut gehen sollte. Man sieht ja auch die Leute hier auf den Straßen mit den Papierbechern in der Hand und einfach mal anstatt Geld etwas zu essen geben. Vielen Dank. Vielen Dank.